Spielplatz Test Hallo Fridu, heute sind wir auf dem Spielplatz Zwergenland. Wie gefällt es dir denn hier? Gut. Ja? Was macht hier sehr Spaß? Das große Klettergerüst da hinter mir. Ja? Ja. Was gibt es denn hier noch so alles zu entdecken? Der Sportplatz. Und hier so ist eben der Sportplatz. Ich mache gleich mal ein bisschen Sport. Ja. Und hier, das ist die Mine, die Steinmine. Hier kann man auch draufklettern. Abspringen. Kommt mal mit. Hier gibt es noch ein Splattergerüst. Kommt mal mit. Hier noch rein. Hopp. Dramatisch. Und hier raus. Ja. Kommt mal mit. Ja. 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 Amen. Amen.